Es ist August 2020 und der weltweite Nachrichtenzyklus wurde von seiner Covid-Besessenheit durch eine Katastrophe unterbrochen. Das Virus ist weiter unten auf der Berichtsliste, während Teile der Stadt Beirut so aussehen, als hätte hier eine Bombe eingeschlagen. Diese Zerstörung wurde aber durch etwas verursacht, das für Laien als nicht sehr gefährlich erscheinen mag, ein Hauptbestandteil von Düngemitteln. Aber Ihnen, meinen treuen Zuschauern, ist bekannt, wie tödlich diese Substanz tatsächlich sein kann. Es überrascht nicht, dass es das Interesse der Nachrichtenmedien geweckt hat. Heute betrachten wir die verheerende Explosion in Beirut. Ein Schiff und ein Hafen Die Stadt Beirut ist seit den 1880er Jahren stolze Besitzerin eines Hafens. Es hat eine lange und interessante Geschichte und spielte während des libanesischen Bürgerkriegs eine wichtige Rolle. Nach dem Krieg, als der Wiederaufbau der Stadt und der Versöhnungsprozess begann, sollte der Hafen zu einem der größten und verkehrsreichsten am östlichen Mittelmeer werden. Also kommen und gehen Schiffe, Fracht wird geladen und entladen. Alles ziemlich Standard für einen Hafen. Eine weitere nicht ungewöhnliche Sache ist die Zurücklassung der Schiffe. Wo Schiffe in den Hafen kommen, die Eigentümer ihren Besitz ablehnen und oft die Besatzung im Stich lassen. Die Glücklichen können normalerweise abhauen, aber manchmal bleiben einige arme Seelen an Bord zurück. Das wäre eine ähnliche Situation wie die eines Frachtschiffs, das am 21. November 2013 in den Hafen von Beirut einfuhr. Das Schiff MV Roses ist ein 1900 bruttotonnen schweres Frachtschiff, das 1986 in Naruto, Japan gebaut wurde. Ursprünglich war es ein Baggerschiff namens Daifukumaru Nummer 8, aber im Laufe der Jahre wechselte sie mehrmals den Besitzer, den Namen und sogar den Verwendungszweck zu ihrer endgültigen Form als Frachtschiff. Ihr letzter Besitzer war der russische Geschäftsmann Igor Grechuschkin ab 2012, der in Limassol, Zypern, lebte. Die MV Roses, wie sie jetzt genannt wurde, führte die moldauische Flagge. Dies war Grechuschkins erster Versuch, ein Schiff zu besitzen, und es sollte nicht so gut laufen. Im Juli 2013 wurde die MV Roses von den spanischen Behörden im Hafen von Sevilla aufgehalten. Das Schiff war im maroden Zustand und war nicht sehr zuverlässig. MV Roses stach wieder in See und wurde im September 2013 gechartert, um 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in Säcken zu transportieren. Das Unternehmen, das die Ladung geschartert hatte, war die Rustavi Azot LLC, ein georgischer Düngemittelhersteller. Es sollte von Georgien nach Fabrica de Explosivos de Mosambique in Matola, Mosambique, verschifft werden. Bis zum 27. September war die MV Roses beladen und bereit, von Batumi abzufahren. Sie legte ab, machte auf dem Weg zum Suezkanal an verschiedenen Häfen halt. Am 21. November 2013 lief sie in den Hafen von Beirut ein. Das Schiff hatte finanzielle Probleme, mit Sorgen, dass der Eigentümer nicht genügend Mittel hatte, um die Suezkanalgebühr zu zahlen. Der Eigentümer des Schiffes hatte eine weitere Ladung Fracht gefunden, die unterwegs nach Mosambik abgesetzt werden sollte. Perfekt, das würde diese lästige Suezgebühr bezahlen. Aber es gab ein kleines Problem. Die wichtigen Frachtlukendeckel der MV Roses waren rostig und schwach. Und wie Kapitän Boris Prokoschev später in einem Interview mit der BBC sagen würde, konnte man die Fracht wegen Zustandes des Schiffes nicht annehmen. Er lehnte die Fracht ab. Die Ablehnung der Fracht war mit einer Geldstrafe verbunden. Eine Strafe, die der Besitzer sich weigerte zu zahlen. Und zusätzlich noch Hafengebühren. Also wurde die MV Roses beschlagnahmt. Bis auf vier Männer der Besatzung gelang es allen, das Schiff zu verlassen und in ihr Heimatland Ukraine zurückzukehren. Die verbleibende Besatzung, einschließlich des Kapitäns, würde etwa ein Jahr lang auf dem Schiff festsitzen. Nach dem Verkauf eines Teils ihres Treibstoffs, um einen Anwalt zu engagieren, wurden sie freigelassen. Aber die MV Roses blieb im Hafen. Der Besitzer hatte behauptet, Bankrott zu sein. Und die Ladungseigentümer hatten mittlerweile das Interesse verloren. Als solche blieb sie in Beirut. Aber nicht nur das Schiff blieb. Ihre explosiven Materialien an Bord blieben ebenfalls dort. Die Ladung wurde 2014 an Land gebracht und in einem Gebäude namens Hangar 12 abgeladen. Im Laufe der Jahre lag die Ladung dort und die MV Roses, die immer noch im Hafen festgemacht war, würde schließlich Wasser aufnehmen und sinken. Die Ladung der MV Roses war somit jetzt ein großer Kopfschmerz für die libanesischen Zollbeamten. Sie hatten im Grunde genommen eine 2750 Tonnen schwere Bombe zu beherbergen. Beamte versuchten, jemanden zu finden, der die buchstäbliche tickende Zeitbombe loswerden konnte, indem sie Briefe an Richter schickten, um eine Lösung für das Problem zu erbitten. Im Juli 2020 informierte der Hohe Verteidigungsrat des Libanon Präsident Aoun darüber, dass sich gefährliche Materialien im Hafen von Beirut befanden. Er ordnete sofort militärische und Sicherheitsbehörden an, das Notwendige zu tun, um sie sicher zu entfernen. Aber leider sollte die Ladung bis zum Unglück im August desselben Jahres in Hangar 12 liegen bleiben. Die Explosion Es ist der 4. August 2020 und einige Schweißer arbeiten an einer Reparatur der Hangartür. Dies war derselbe Hangar, der die Heimat dieser paar tausend Tonnen Ammoniumnitrat war. Derselbe Gebäudekomplex war auch die Heimat eines Vorrats an Feuerwerkskörpern. Gegen 1745 landeten Funken auf dem Stapel Feuerwerkskörper und das entfachte ein kleines Feuer. Ein Team von Feuerwehrleuten wurde entsandt. Bei ihrer Ankunft, nur 10 Minuten später, gab der Hangar seltsame Geräusche von sich und das Feuer wurde zunehmend intensiver. Um 18.07 Uhr gab es eine Explosion mit einer geschätzten Sprengkraft von zwischen 1,5 und 2,5 Tonnen TNT. Feuerwerkskörper blitzten und funkten, als Hangar 12 einige Anzeichen von Schäden zeigte. 33 bis 35 Sekunden später kam es zu einer viel größeren Explosion aus dem Hangar. Einige schätzten sie auf 1,1 Kilotonnen TNT. Die Explosion war noch in Zypern, etwa 240 Kilometer entfernt, zu spüren. Die Druckwelle raste durch die Stadt Beirut. Eine orangefarbene Wolke senkte sich über die Stadt, ein üblicher Anblick nach einer Ammoniumnitratexplosion. Neben Hangar 12 befand sich der größte Getreidespeicher des Landes. Er wurde schwer beschädigt und hinterließ dem Land weniger als einen Monat Vorrat an Getreide. Mehrere Gebäude, darunter drei Krankenhäuser, wurden ausradiert. Gebäude in einem Radius von 10 Kilometern erlitten unterschiedliche Schäden und etwa 300.000 Menschen wurden vertrieben. Einige der beschädigten Gebäude waren sogar kulturelle Erbestätten, Museen und Botschaften. Schiffe im Hafen erlitten erhebliche Schäden, darunter das Kreuzfahrtschiff Orient Queen, das anschließend gekentert ist. Jeder, der in der Stadt war, half, indem sie Menschen aus den beschädigten Gebäuden zogen und jedes funktionierende Fahrzeug in und um den Hafen herum für den Nottransport von Verletzten genutzt wurde. Insgesamt wurden 75 Krankenwagen und 375 Ärzte entsandt, um den Verletzten und Eingeklemmten zu helfen. Lokale Unternehmen boten dort Hilfe an, wo sie konnten, und die internationale Gemeinschaft organisierte Hilfe für die Stadt, darunter die Niederlande, die Türkei und das Vereinigte Königreich, die auch Such- und Rettungsteams entsandten. Einen Tag nach der Explosion erklärte Premierminister Hassan Diab einen zweiwöchigen Ausnahmezustand und die Regierung leitete eine Untersuchung der Explosion ein. In den kommenden Wochen wurden Trümmer von örtlichen Bewohnern beseitigt, während sie versuchten, ihr Leben wieder aufzubauen, und mehrere Hotels wurden geöffnet, um die Vertriebenen unterzubringen. Letztendlich würde die Todeszahl deutlich werden, eine überraschend niedrige, aber dennoch tragische Zahl von etwa 218, mit weiteren 7.000 Verletzten. Unter den Toten befand sich das ursprüngliche Team von Feuerwehrleuten, das zur Feuerwerksbrandmeldung entsandt worden war. Die Stadt, wie viele andere auf der Welt zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2020, spürte bereits den finanziellen Druck durch Covid-Engpässe. Als solches traf es das Land finanziell schwer, mit geschätzten Kosten von rund 15 Milliarden US-Dollar. Die Untersuchung. Normalerweise würde ich an dieser Stelle im Video die Untersuchung durchgehen, bei der die Verantwortlichen identifiziert werden, aber bei der Beirut-Katastrophe war und ist die Untersuchung weniger als ideal. Die Regierung bildete einen Untersuchungsausschuss unter der Leitung von Premierminister Hassan Diab, obwohl er am 10. August 2020 von seinem Amt zurücktreten würde. Einen Tag nach der Explosion wurden 16 Hafenbeamte von Beirut unter Hausarrest gestellt. Diese waren seit 2014 für die Lagerung des Materials verantwortlich. Die Zahl würde in den nächsten Tagen auf 25 steigen. Interpol wurde ebenfalls gebeten, den russischen Schiffseigner und den Kapitän festzunehmen und Red Notices wurden dafür ausgegeben. Richter Fadi Sawan wurde damit beauftragt, die Untersuchung zu leiten. Er begann, verschiedene Minister einzuladen und Überraschung, er wurde im Februar 2021 von seinem Amt enthoben und Tarek Beitil übernahm im selben Monat. Die Untersuchung würde bald in innerparteiliche Kämpfe über die politischen Linien des Landes geraten. Premierminister Diab und drei ehemalige Minister wurden ebenfalls wegen Fahrlässigkeit bei der Explosion im Hafen von Beirut angeklagt. Die Untersuchung kam zum Stillstand, weil die höheren Chargen in der libanesischen Regierung immun gegen Untersuchungen waren und Anfang 2023 waren alle Verdächtigen freigelassen worden. Und es sah so aus, als würde die Untersuchung nicht weitergehen. Aber überraschenderweise nahm Tarek Beitil im März 2023 seine Arbeit wieder auf. Er hat Anklage gegen den ranghöchsten Staatsanwalt des Libanon erhoben, aber bisher hat dies zu nichts Substantiellem geführt, was bedeutet, dass die Untersuchung zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Skripts Mitte 2023 noch immer im Gange ist. Diese Untersuchung hat in der internationalen Gemeinschaft Bedenken ausgelöst, da sie Probleme mit der libanesischen Justiz aufgezeigt hat. Die zerstörten Gebäude in der Stadt wurden wieder aufgebaut, aber 2022 geriet das Getreidesilo, das einen erheblichen Teil der Explosion abbekommen hatte, in Brand und stürzte ein. Die Katastrophe zeigte, wie tödlich Ammoniumnitrat sein kann, wenn es ignoriert wird. Die meisten Beteiligten an der Katastrophe hatten einfach nicht wirklich erkannt, welche Bombe sie in Hangar 12 hatten. Und dies ist auf der ganzen Welt bei Ammoniumnitratexplosionen viel zu häufig. Dies ist eine Produktion von Einfach Schwierig. Die Videos von Einfach Schwierig werden von mir, John, in einer sonnigen südöstlichen Ecke von London, Großbritannien, produziert. Helfen Sie dem Kanal, indem Sie ihn liken, kommentieren und abonnieren.